. . Barbie Girl, Aqua. Richtig. Verdammt, ich lieb dich. Oh. Von, ähm, . Matthias Reis. Ja, genau. Ich würde mal sagen, halben Punkt für beide. Ja, oder? . . . . Ich weiß nicht, ob ich die Sachen falsch ansprich. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nur den Titel nicht. Ich krieg's nicht besser hin. Ich glaub nicht, dass das erste Wort ist. I kissed. A girl. Katy Perry. . . . . . .